ja Halli und Hallöchen meine Lieben Freunden und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Let's Play einer bricht aus letzte Aufnahme ist einfach nur ewig hier und ich muss erst mal wieder reinkommen ja auf jeden Fall waren hier gerade schon im Aufenthaltsraum und so weiter und ich bin wirklich total draußen ich weiß schon was wir machen müssen nur halt ihr wisst ja noch haben wir abgehandelt der müsste auch sich hier befinden alle wollen ja auch noch alles mit allem benutzen beziehungsweise nicht alles mit einem benutzen ich habe euch ja auch in der letzten okay die Folge zwar noch nicht raus aber für mich habe ich in der letzten Folge ist der Klasse mehr Highlight einem in der Ackert das ist gerade halb eins nachricht es ist gerade halb eins nach sich darf das er mir habt ihr sagt man die Kommentare im Highlight item Reaktion schreiben die ich dann auf jeden Fall benutzen werde aber jetzt werden wir erst mal den Kuli wieder mit allem benutzen das ist auch noch ein bisschen schmutzig mit Schämpflein ketchup alles ist so schön da noch comic hefter mit da gott so in diesem bild muss nützlich boy wieder auf dem sofa schlafen was hat er nur wieder angestellt probiert einfach noch mal die kohle hier mit einem und dann gehen wir auch gleich weiter diese option steht leider nicht zur auswahl so so liebe so so da fehlt was anderes hat man da war doch irgendwo das mit den kilo tomaten und habe ich da fehlt was anderes da kommt nichts rein egal hoffentlich dann müssen wir jetzt jupi jupsen erstmal den telefonhörer abziehen hier hatten wir alles ja dann geben wir doch gleich mal wo gehe ich ihn jetzt am besten hin nachkommen ich gehe einfach gerade mal direkt zur witzigsten person die mir am anfang die mir als erstes einmal einfällt aber bevor wir da reingehen haben wir erstmal poky zu gott wie ich seine stimme vermisst habe ich glaube das hier war der screen wo ich das erste mal bei einer objekt reaktion gemerkt habe so ich will eigentlich dass etna nicht nur ein satz dazu sagt sondern dass wir das tatsächlich auch benutzen zwar mit der pflanze benutze zick zack schere mit pflanze und das war der erste screen wo ich halt tatsächlich eine neue grafik gezeichnet habe ich gesagt habe warum sollte etna diese pflanze nicht kaputt schneiden können und daraufhin habe ich die ganzen älteren räume auch noch mal überarbeitet und halt sie überall und dann fing es an mit dem ketchup und dann fängt es an mit dem senf und mit dem spucke kugeln und mit den kaugummi dass sie überall hin geben kann ja ich glaube das war der erste screen viele arbeit ne die aber das hast du dir selbst zuzuschreiben aber immer noch geiles game kann man nur sagen schön alles überall drauf schreiben wir wollen den erfolg noch hier ein bisschen sein finden ach ja ich ran der leere einfach ich kann ich weiß das voll komisch egal gibt es sonst noch was also die türen nein dann lesen wir erstmal die tür nur für personal okay wir gehen erst mal hier rein da ist hier einfach und ja hier ist einfach ich kann einfach sagen ich würde ich nach einer die geilste person der anstalt ja ich habe gerade erst kürzlich gehört von einem freund von mir dass er den charakter der petra traurig wahrgenommen hat weil sie diese geburtstags feier auf der toilette feiert und so da ganz alleine immer halt immer brav rausspringen aus dem klokabäuschen sobald das licht angeht das hat mich dann doch sehr überrascht weil ich hätte das irgendwie doch eher als lustigen und nervigen charakter sollten auch gegenpol zu peter also gerade irgendwie interaktion mit peter später im spiel fand ich persönlich sehr lustig weil es hat einfach peters martyrium noch ein draufsetzt dass etna ihnen ausgerechnet mit der nervigen petra verkuppelt eine situation mit der offensichtlich überfordert ist aber dann eben auch die idee halt dass sie genau wie etna eigentlich viel zu schmerzfrei oder unreflektiert ist um es halt irgendwie merkwürdig zu finden eine geburtstagsfeier auf der toilette auszurichten fand ich erstens lustig also inklusive der ganzen möglichen kleinen kleinen wortspiele zum thema finger food und wo wurde die bowle angerührt und so aber was ich ganz besonders lustig fand an petra war eigentlich dass sie halt so ziemlich genauso irre ist wie etna auf ihre weise natürlich auf eine andere aber dass etna sie partout nicht leiden kann dass der erste charakter im spiel glaube ich den etna einfach nicht leiden kann von der sie halt wirklich genervt ist das hat auch zeigt so und petra merkt es gar nicht weil sie halt eben genauso schmerzfrei ist wie etna also irgendwie spiegelt sich petra in etna auf eine ganz komische weise und dass etna dann von ihr genervt macht es halt eigentlich nur noch interessanter ja nett da würde ich sagen reden wir doch gleich mal mit ihr hey petra ja wer bist du wer bist du mein name ist petra gibt mir ein p oder weißt du was weil das p einfach gerne doch was machst du hier überhaupt was treibst du hier wonach sieht das aus ich gebe eine überraschungsparty auf dem klo auf dem klo wo sind die anderen gäste hallo es ist eine überraschungsparty ist klar was wäre das denn für eine überraschung wenn alle bescheid wüssten ach gottchen das wäre doch nicht nötig gewesen die party ist doch nicht für dich heute ist der geburtstag von peter aber sag ihm nicht dass die feier hier ist es soll eine überraschung sein mal sehen du musst mir versprechen dass du ihm nichts sagst okay verspreche es ich verspreche es ich schwöre ich schwöre es hoch und heilig ja 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 stein auf bein und gänse klein alter wäre es okay okay dein wort reicht mir aus ganz ehrlich jetzt weiß ich verstehe ich endlich warum man die nervig findet haben wir den zöpfchen das ist nämlich so schön ein bäuerischer hier bisley ich komme erst baden württemberg direkt daneben interessante raumwahl wie meinst du das meinst du nicht dass mehr leute gekommen wären wenn du nicht ausgerechnet auf der toilette feiern würdest ich weiß nicht es ist immerhin eine überraschungs feier und was könnte überraschender sein überraschend trifft es nicht ganz ekelig oder absurd das trifft es aufenthaltsraum also da wo adrian und so ist da ist ja eigentlich der größte platz und so weiter rein vom theoretischen her wie wäre es mit dem aufenthaltsraum das war auch mein erster gedanke aber könig adrian war dagegen könig adrian er regiert den aufenthaltsraum er ist ein weiser und gerechter könig und man erzählt sich dass er hellseherische fähigkeiten hat leider empfängt er nicht häufig jemanden sein adjutant dieser drogelbecher ist genauso zäh wie er attraktiv ist ich würde auch gar wie die sich alle an drogelbecher aufgallen weißt ihr habt ihr denn sein gesicht gesehen das ist nicht wirklich die schönste schnitte und der ist ja auch nicht wirklich gesprächig aber ich weiß nicht poky also drogelbecher sohnem so nedings wort vergessen so eine rolle zuzuweisen dass die alle auf den stehen schon gute idee wie wäre es mit dem kaffee raum und die wollen für ein stück im kaffee raum vorsprechen weil erfahren wir alles noch ist ein bisschen blöd dass der das liebte sich optimiert hat so von raum zu raum zu laufen ich meine die erzieht ich meine es zum beispiel man weiß schon lange in der aufmacht rum und habe mit könig adrian geredet und bla und hier wird man dann noch auf könig adrian hingewiesen ist ein bisschen schlecht gemacht aber ganz ehrlich poky du kannst du nicht an alles denken wenn ich jetzt mal an die polia 2 denke an die rätsel da also was es dafür kranke rätsel gibt also da darfst du dir in deinem ersten spiel auch ein paar felserlaubt mal gemein etna schäfer nur leider gar wie wärs mit der bar das geht nicht peter sitzt schon den ganzen tag dort und lässt trüb sein es ist doch seine überraschungsparty er ist ein wenig empfindlich was sein alter anbetrifft ich hoffe die party munter den ein wenig auf ja bestimmt liebe petra wie wärs mit dem fernsehzimmer nein ich kann partys nicht ausstehen wo jeder vor der glotze hängt ach ja jeder raum wäre besser gewesen sogar meine zelle wäre besser gewesen dass da kaum platz aber es ist verdammt noch mal keine toilette muss eigentlich etwa irgendwann nicht mal wirklich mal aufs klo oder hat sie sich schon heimlich entleert wo wir am speichern waren und nicht hingesehen haben man weiß es nicht jeder raum wäre besser gewesen ich finde es nett hier auch richtig nett kennst du einen weg hier raus warum sollte ich heraus wollen hier ist immer was los und die leute sind nett außerdem muss einem hier drin nichts peinlich sein wenn man mal die hose vergisst fällt es niemandem auf wenn du hier raus willst sprichst du besser mit almilio wenn du ihn findest ich glaube er arbeitet gerade an einem tunnel wenn du ganz verzweifelt bist kannst du auch mit dem schlüsselmeister reden aber das würde ich nur im äußersten notfall tun der ist gefährlich seine einzelzelle ist allerdings im zweiten stock da musst du schon bis nach dem essen warten dann werden wir nämlich in den schlafseil gebracht schlüsselmeister oh gott der schlüsselmeister ich erinnere mich da wird es noch da wird es noch sehr viel geben aber nicht zu viel verraten feier noch schön wird ich ach ja macht das nicht aus wenn du gehst mal sehen ich muss nur hier hinten war noch was es kommt man hier nur ganz schwer hin da meine die brauchen wir nämlich doch und die tipp nehmen wir mal mit und auch die beleuchtung hier ist auch so schön wann habe ich eigentlich geburtstag ich kann mich einfach nicht erinnern ich bin bestimmt skorpion wenn du skorpion bist dann dann bin ich homa sorry musste kurz gehen das ist schon etwas später ich bin skorpion 14 da habe ich ja schon mal erwähnt erstmal alles damit benutzen wo ist kapitel brauche ich brauche ihn deko deko in diesem bild besorgt captain unbrauchbar einen mediamarkt gutschein für nützlich boys geburtstag schleich warbung hallo aber naja das wäre aber ziemlich unhöflich du kommst ja nur nicht dran das außerdem nach dem markt doch peter das ist glaube ich gerne gemacht in diesem bild steckt sich captain unbrauchbar heimlich rosby vom buffet in seine unsichtbare innentasche und sich nachher in der Tasche warum nicht warum nicht er hat Tony J läss ich jetzt da mal ich weiß nicht ob es stimmt ich immer davon aus ach da gibt es noch eine witzige Atemreaktion er hat man wollen es ist nicht weiter ich bin mir ganz sicher versteckt ganz ruhig kleiner Kumpel Walt Disney ist tot er kann dir nichts mehr tun zu bunt zu bunt zu bunt ach ja gute alte Walt Disney Filme es gibt nichts schöneres geben wir doch mal das Comic in diesem Bild kämpft Captain unbrauchbar gegen die Chili der Mafia pass auf nützlich boy sie buchstabieren Schmerz gib mir ein S gib mir ein C gib mir ein H gib mir ein M gib mir ein E gib mir ein R gib mir ein Z und was heißt das? poste es in die Kommentare ach ja ich bin halt wieder gut drauf die kriegt meinen tollen Kugelschreiber bestimmt nicht das kannst du doch nicht einfach machen geben wir ihnen einen Fußnagel das war ja klar dass der das noch gefällt was ist das? die haben das voll komisch synchronisiert einmal noch hurra konfetti ja konfetti schützen wir ihr den Hals auf der übrigens abnormal dünn ist die Versuchung ist groß aber es wäre einfach nicht Edna style stimmt morgen gehört nicht zu dir das macht eher immer anders hier hast du eine Einladung zur Therapie du Scherzkeks ich brauche doch keine Therapie nein nein es gibt nur zwei Möglichkeiten entweder du machst die Therapie oder jeder der mit dir spricht ich finde dich lustig dir fallen immer so viele ulkige Sachen ein ach Petra ich finde dich auch witzig ich finde dich einfach zum schreien Schenkelklopfer die Versuchung aber egal gehen wir wieder halt natürlich sind wir höflich machen wir erstmal das Licht aus also Edna dann Petra tschüss 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 tschüss